Wofür war das? Für alles. Für das hier. Ein schönes Wochenende. Jedes Jahr ohne Sorgen. Nur Verantwortung und ohne Verpflichtung. Hör zu, das hier löst sich nicht einfach in Luft auf. Wir müssen darüber reden. Gut. Wo willst du hin? Ich will mir die Zähne putzen. Dorothy, bitte setz dich hin. Du, das war eine deiner besten Ideen. Was? Dass wir uns jedes Jahr hier treffen? Das kann, glaube ich, keiner von uns beiden für sich alleine verbuchen. Ich fange mit der guten Geschichte an. Kira, das ist ja mal was ganz Neues. Du bist zugänglicher. Mitunterbrich mich nicht! Du fühlst dich ganz einfach schuldig und die einzige Art, wie du glaubst, damit umgehen zu können, ist, dass du so weit wie möglich von mir davon sollst. Also gut, ich... Ich fühl mich schuldig. Ist das denn so verwunderlich? Doris, wir sind unehrlich! Ich bin glücklich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020